Musik Hallo, mein Name ist Wolf, aka Maydresher. Ich male Graffiti und Streetart, ich habe begonnen als junger Bursch mit meinen Freunden abzuhängen und habe dann die Sprühdose verwendet, um Spaß zu haben und den gesellschaftlichen Konventionen zu entfliehen. Jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee. Und aus dem Spaß wurde dann meine Arbeit, ich habe dann begonnen, Auftragsarbeiten für Firmen und Privatpersonen etc. zu gestalten, mache auch Workshops mit jungen, engagierten Leuten oder auch Teambuilding-Maßnahmen mit Unternehmen. Und gebe auch noch Führungen, also Streetart-Führungen in Wien, wo ich mit verschiedenen Touristengruppen durch Wien gehe und zeige, was Graffiti bedeutet. Des Weiteren bin ich noch in Airbrush tätig, das heißt ich mache Custom-Wur, ich verschönere Kleidungsstücke und Taschen etc. mit Graffiti-Motiven. Musik 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 Es geht darum, Spaß zu haben und Menschen zu treffen. Jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee.